So ruhig hier Deswegen Windows 8 Ja Deswegen machen wir das Level jetzt nochmal Um euch nochmal zu sehen Ja, guck mal, er lädt, als man dann hörte wieder aufzuarbeiten Auch gut Und deswegen ist es jetzt auch freigeschaltet Ja Und der Safestate war auch ganz so anders als der letzte Das hat mich auch gewundert Ich hatte ihn eigentlich irgendwo im nächsten Raum Der hat sich aber im letzten Raum Ey Ja, ihr kleinen Viecher Und mich austricksen Sooo So machen wir jetzt hier lang Das Level wird langweilig das zweite Mal Ne Hier Da unten lang geh ich jetzt nicht, wie letztes Mal Ich vergesse also, dass ich Save-States machen darf Wo ist eigentlich komisch Ich spiele immer mit Save-States Das ist eigentlich der Punkt Wieso spiele ich jetzt ohne Save-States? Weißt du noch vorhin, ja? War irgendwie zu geil Jetzt haben wir es leider nicht mehr, aber egal Also wollte ich die Datei wieder herstellen Aber irgendwie zum Schluss ging es weiter Musste ich also leider löschen, aber Na ja Ey Wo sterbe ich denn? Was ist das Ei jetzt her? Nein Na egal So Hallo Ja, stimmt noch 10 Mal Ah Gehst du auch noch mal was heute? Oh Nein Mist Hallo Ja, hallo Bist du noch anwesend? Ja, ich bin noch anwesend Hätte ja sein können nicht Ah, es ist besser wieder Warum sollte ich nicht? Keine Ahnung Ja, du weißt ja auch nie was Mittelpunkt Mittelschwanz Hoffentlich hekt das Bild jetzt nicht Also, das müssen wir halt nochmal spielen, ne? Aber dann mag ich es anders sein wieder, also So Blue-Boot-Sterne Hey Ich habe das zweite Mal in jeder Aufnahme Ist doch unglaublich, oder? Ist doch echt so, oder? Mh War es besser aufnehmen, wie bei dir, oder? Mit der Kamera da so Ja Das ist wirklich so So Hoffentlich denkt der nicht So Wir sind der zweite Mal in jeder Also, äh Das will ich hier schon wieder hin Ich wollte doch da hin, danke Ja, das zweite Level The Cave of the Lucky Sauce Und da ist er abgestürzt Was ist er jetzt abgestürzt? Wenn er jetzt abgestürzt, dann wissen wir nicht so Man will das Level nicht aufnehmen Hier kriege ich jetzt das Leben Nein! Oh man, ich sage es auch noch Wieso habe ich es denn gesagt? Oder meinst du, weil ich vorgespult hatte? Äh, was sollte das jetzt werden? Ich wollte testen, ob ich wenn ich vor Spule vielleicht abstürzt Dass es vielleicht zu schnell war für die Aufnahme Weiß deswegen, aber kann nicht sein, der ist ja Hier irgendwo hier Das ist doch mal Das ist so bescheuert, ey Wieso? Ja, lass mal da voll rin fliegen Guck mal, wenn wir jetzt gleich abstür... Wo ist er abgestürzt ungefähr? Hier, ja Hier irgendwo ist er abgestürzt Ja, da irgendwo Hier? Ne, hier ist er abgestürzt Ja! Ne, da waren wir noch gar nicht Ja sag ich doch, davor ist er abgestürzt Wo willst du eigentlich hin? Ja, jetzt im Ziel! Ja, so geht's auch Sooo, dritter Level schon Hoffentlich hängt die Aufnahme nicht Hallo Äh, jetzt soll ich nicht lang Höhle 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 Danke für die rote Münze Aha, ein Pfeil Nein Da drauf, dann Nein, das ist ja unglaublich heute Was? Ich darf nur hier hoch Ist das so schwer? Da hat aber einer hoch dem Münze Hab ich gesehen Yes Stab ab Hä? Ja Ja, einfach mal die Pflanze überspringen Ja Nein Komm her du Arsch Eins, zwei, drei Danke So ist hier noch da, noch da ist hier ja da Ich geh's oben lang Ist das einfacher? Nee Weil oben lang gibt's noch glaube ich worte Münzen Aber da soll ich das mir eh keine hundert Prozent schmieren Ich bin auch rumgegangen Schneller Ich lebe schon gerne Ich lebe schon gerne Rebs, jetzt stürzt der Bett ab Bis jetzt noch nicht Äh, ich mach mal kurz Pause Warte Pause Äh, ja Läuft's jetzt, ja Aufnahme läuft und läuft gut Steht ja auch läuft Was aus dem Bild wieder machen So Dann geht's jetzt weiter Immer schon so leise ist die Musik Egal Oh, jetzt kommt die erste Festung Maschin Middlesford Okay Ein Warnschild Oh mein Gott Gerkei, weiß noch Ähm Nur so Wie schaffst du das auf dem Ende? Aber wie muss man echt denn? Guck mal, wie stell der ist Guck mal, wie stell der ist Guck mal, wie stell der ist Jede Sprung fast schon mehr hersteller Was Komm, steh Mann Alle Eier, fall Die kommt ja eh wieder neu, ist das 1 Oh, E2, Eier Boah Ich hätte ja zur Not sind Ich will auf die Treppe Danke Da hast du Lust in dich wieder Guck ich wieder auf die Treppe Es geht nicht auf die Treppe Also zu zweit Let's play Das ist immer besser Weiß wieso? Das finde ich jetzt zumindest Weil wenn jetzt hier so redest Gämmst du alleine Und dann so bla 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 Ja, das ist eine gute Spiele und so Ja Da redest du ja mit dir selber Ja Wenn jetzt einer da ist Hat man halt noch Ja, einen mit dem reden kann oder so Also Empfinde es wär besser zumindest So Die hat grad schnell gemacht, oder? So So Das beißen Zerstellen Wieso hüpft er ja schon wieder so komisch? Ne, Knopf ist nicht kaputt Hätte er gedacht Ist auch Quatsch dieser Pfeiler eigentlich Ja Braucht noch eh nicht im Buch zu kochen Es sei denn einer macht den ganzen Mauer gut Ja 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 Die nehmen wir mal jetzt mit Eine Blume So, zusammen frei Geben hier oben hin Ne, das ist das Schwerste Aber egal Lass mich hier gehen Ah ja 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 Ich bin sie gerne Ich bin immer frei Weil Nein Oh Boah So Na 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 Das ist nicht gut Warum Der denkt nie noch Hä, wieso redet der halt Ja Ja Aber das ist fast jeder jetzt Läger Also den anderen den ich kenne Der Auch manchmal so ruhig wäre daran Wenn man denkt oder so Keine Ahnung Mhm Alter was ist denn hier Guck mal was geht denn hier ab Der verfolgt mich ganz Guck mal Schüpft mit dem hier durch Und der tut mir nichts Boah Warte mal Nein bin ich jetzt wieder hier drüben Oh Oh Toll Da rüber gehen So irgendwie töten Geh rüber Ich darf nicht da unten raus Ah Was hat sich hier Der bleibt weg Natürliche falsche Natürliche falsche Ey Nein Warte mal Ah Geht doch Hier Och ich bin doch so dumm Ich wollte eigentlich den Schlüssel haben Den Schlüssel hatte ich aber schon Ich hab irgendwie gedacht ich hätte Ich hätte den Schlüssel noch gar nicht Keine Ahnung was ich wieder gedacht habe Ich habe gerade Oh 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 Ich muss schneller hier durchlaufen Ja Äh Gehts hier lang Nein Pfff Alter Äh Wieso hat die Flamme mich jetzt nicht erwischt Bist du leise Schöne ich gar nicht mehr Ja? Wart mal, wart mal hier. Äh, geh mal hin, Kai. Bis gleich. So, es läuft, oder? Ja, es läuft. Ich wurde nochmal gestört. So, richtig heruntermachen. So. Ja, die Maus auch aus dem Bild raus ist. Und es geht weiter. Ja, ich muss gerade mal das Kabel so ein bisschen... Nee, schon wieder nicht. Wie hatte ich das jetzt gerade? Egal, so geht's jetzt. So, jetzt geht's. Ey, genau, wenn ich springe, kommen die raus. Das ist unglaublich. Also die Flamme. Ey, jetzt. Ey, Kai. So, jetzt geht's. Hier, fein. Ah, endlich. Ah, jetzt geht's. Jetzt müsste wieder einer kommen. Hallo. Jetzt müsste wieder klingeln, ja? Das wär's, oder? Dann würde ich aber jetzt sofort... Nein, ich brauch doch nur den Schlüssel. Danke. Dann würde ich aber jetzt rausgehen und sagen, könnt ihr mal bitte ruhig sein. Ich nehme auf. So. Hier. Dann nehm ich hier hoch. La, la, la. Hab ich jetzt zwei Schlüssel? Nee, drei. Weil, wenn ich hier zwei gehabt hätte, hätte ich es nicht verstanden. Hätte ich nämlich irgendwo erst einmal verpasst. Nein, es ist... Ah. Aha, das ist interessant. Nein. Dreh dich schon vorhin. Es ist kerzengerade. Ja, es war kerzengerade. Ja. Ist eigentlich egal, wo man rein ist. Ich krieg den bestimmt wieder. Ja, ich krieg den wieder. Okay. Hoch, bitte. Danke. In die Tür. Danke. Was geht mir denn? Jetzt können wir hier in die Türen rein. Na, komm. Wow. Nur im Mittelkreis hat's noch voll gebracht. So. Entschuldigung, wenn ich vorspule, aber... Es hält einfach nur auf. Ja. Wenn ihr es jetzt möchtet, dann schreibt es in die Kommentare, aber... Ich mach's gerne, aber... Also... Ich kann auch nicht vorspulen, aber... Ist halt besser, weil dann geht's etwas schneller, aber... Ist eigentlich egal. Boing! 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 PSB, die kommt nach Zunehmen geflogen. Zu der Fieke. Oh, geht's endlich weiter nach 10 Minuten? Oder so. Oder länger sogar schon, oder? Bin ich so leise? Ich weiß es nicht. Aha. Er sagt nichts. Und nichts. Fresse. Ah, hast gemerkt. Ich hätt aber eh nur dreimal gesagt, danach hätt ich eh nix mehr gesagt. Hallo, kommst nochmal her, du scheiß Scheigei. Danke. Der will heute nicht, der hat Urlaub. Was? Was hast du gesagt? Der hat Urlaub. Der hat sich aufhängen müssen. Nein, wenn man hier zu... Ein Leben! Wen interessiert's? Mich interessiert's. Ja, mich aber nicht. Was willst du denn dann jetzt playen? Hey! Nein! Was ist denn heute los? Oh mein Gott, mir fehlt was. Püß mal wieder auf. Nö. Ich höre, das ist gar nicht mehr Aufnahme. Ich höre, du hast nö. Ich spende jetzt die Aufnahme. Nein, das wirst du nicht tun. Doch. Das wirst du nicht tun. Dein Arsch wirst du tun. Und ich lösche sie auf. Wenn du weiter machst. Ey! Was ist denn heute los? Ich kann doch nicht mehr spielen. Bin ich mal zu spät mit 22 Uhr. Ja? Kommt mir echt schon manchmal so vor. Hm. Ha! Jetzt renn du! Yoshi! Was auch immer du bist. Die Tür. Die Oben lang. Die Oben lang. Und hoch und runter. Äh, ja. Links und rechts. Ja, ja. Die Oben lang. Die Oben lang. Oh Gott. Oh Gott. So. Geht's weiter? Ich mach immer eine Welt. Es sei denn zum Schluss, es wird zu schwer. Komm, mir safe. Sales wird sich kein Problem sein und kein 100%. Sollen wir jetzt 100% spielen? Ey, machen wir jetzt nur die eine Welt, oder? Ja, die eine Welt. Dann erst mal wieder Ende. Das ist halt ungewandelt. Dann können wir weitermachen oder was anderes. Let's play. Was du halt willst. Ach so. Das heißt, wir zwischenspeichern dann. Nee, zwischenspeichern. Ich speichere doch immer. Ich hab doch Sales Lates. Oder was meinst du jetzt? Nein, wir speichern dann das Video. Ja. Zwischen. Das brauch halt erst mal. Zehn Minuten oder länger. Ach so. Und dann, ach, ich denke, danach müssen wir nochmal was machen. Das kann ich dann weitermachen, glaube ich. Das dauert schon mal eine halbe Stunde. Fast drüber vielleicht sogar schon mit der Welt. Also spätestens nach einer Stunde können wir dann aber weitermachen. Ja. Aber ich glaube, es geht etwas schneller. Also Freps, das war halt schneller. Das konntest du gleich weitermachen, weil ich kann quasi erst brauchen. So, hier rein. Ja, der Raum bringt's voll, ne? Ja. Jetzt frage ich mich auch, was bringt der Raum? Was kannst du überhaupt hier machen? Hier ist ein Unterfisch, der schwindet hier auch nur rum. Hier gibt es kein verstecktes Sand. Wieso scrollst du so weit nach links und rechts, frage ich mich? Ich hab ja jetzt den Sales Lates geladen, wenn das nächste PC hat was. Da ist er. So, hier oben, ne? Ach, egal. Nein, ich komm's durch, war. Ich komm da durch, komm. Au, noch gleich die Sterne erwischt, gell? Hm. Ich rede immer so komisch bei der Aufnahme bist du schon, oder? Hä? Also wenn ich ja so rede, gehörten das ja gar nicht so, weil ich dann in der Aufnahme mich höre, dann hörte ich das so komisch immer an, oder? Ja, irgendwie schon. Bei dir aber auch so, also ist es immer fast so. Und man hört sich irgendwie doppelt. Das ist halt so, das ist halt so, das ist halt so, keine Ahnung, das ist so. So, aber wenn man es ja, wenn man es ja jetzt bei YouTube oder so guckt, hört man es ja eh nicht mehr. Das ist halt, weil man hört ja sein Reden und das Reden vorm Kopfhörer. Und weil es ein bisschen zeitverzögert ist, hört man sich halt an, das Reden ist doppelt. Aber ich hab mich eigentlich schon dran gewöhnt. Wey! Oh nein, das trickst ich. Nein! Das trickst ich jetzt aus. Wenn ich schnell kann. Nein, nein, das muss gehen. Komm, das hab ich schon mal hingewischt. Okay, ein bisschen später. Ein bisschen früher. Nee, muss das nicht mehr. Ach, weiß ich nicht. Oder denk ich jetzt, weiß ich ja. Was red ich denn heute für ein Zeug? Das ist jetzt ernsthaft so. Ich red irgendwas. Haschig, 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 haschig. Ja, keiner versteht's. Was, haschig? Ja. Haschig ist ne Droge, aber auch egal. Äh, ich hab das eigentlich gerade nicht gesagt. Nein! Nein, ich red nur so, haschig, haschig, haschig. Hach, haschig, haschig. Ja, ich hab nur irgendwas gesagt, wusste, sondern dass es was gibt. Oh, kommst du jetzt mal her. Danke. Was gibt's mir? Was, wer hast du verstanden? Komm her, hab ich gesagt. Ach so. Was mit dem Geist. Könnt ihr doch mal gucken, aber ich glaub, nett, dass ich das gesagt habe. Oder gibt's mir in dem Sinne, gibt's Baby wieder oder so. Scheißgeist. Ja, oder das? Vielleicht hab ich so weiß, gibt's mir oder so. Dann hab ich dann gesagt, jetzt gibt's mir das Baby wieder her. Scheißgeist. Ey! Oh, was ist denn los? Danke. Jetzt können wir erstmal warten. Hier, lalalalalala. Danke. Nein! Boah. Manchmal kann ich durchfliegen, ich glaube schon. Ja, es geht. Boah! Warte mal ein bisschen langsamer. Geht, es geht. Lalalalalalalala. Lala. Oh, ähm. Ähm. Ich will das mal machen, nirgends. Jetzt, ach da. Wuh, 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 wuh. Boah, da springt der hoch jetzt. Wuh, 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 wuh. Da denk' mir irgendwie, der dreht sich andersherum, oder? Ähm, irgendwie schon. Wieso springt der denn so abartig hoch? Das ist ja... Hoffentlich steht das mit in der Aufnahme nicht, aber eigentlich nicht. So, das letzte Level dann. Äh, slow down. Ach, es geht's wieder. Oder der hatte gerade bereits schon schnell gespult, halt, dann musste er erstmal wieder nachkommen. Könnte auch sein, oder? Jo. Seht gleich mal wieder. Geht's jetzt wieder nicht? So, schauen wir uns zu resettet. Also, die Schnelligkeiten haben wir auf Reset gedrückt. Eieiei. Komm's hier. Yes. So. Nein. Ach, guck. Komm's halt schon mal. Das geht doch, oder? Nein, ich hatte schon mal einen Gericht. Dann warten wir halt. Okay. Schneller durch. So, dann gehen wir hier rein. Weiß. Weiß. Äh, so. Zweieiei. Ne, jetzt geht's nicht mehr, ne? Mann, das hab ich gerade so schon gemacht, kja? Schon wieder. Vor allem hat es richtig gepasst mit der Treppe. Ich komme ja nicht durch. Ja. Klau! Kriegst du's irgendwie wieder wieder? Kriegst du's irgendwie wieder? Ja komm! Hab' ich's echt nicht mehr! Rückspulen! Schön, dass man rückspulen kann, ja? Es ist schön! Krieg ich hier hoch! Soll ich glaub' ich auch, damit wir hier nicht runter... Ja! Schöne Nebengeschosse! Jetzt kommt das Beste! Nein, komm mal her! Was kommt groß raus? Das frag' ich mich nicht mehr! Was kommt raus? Ein Arschmach! Boah! Eine rote Münze! Das bringt's ja! Komm, ich muss mir auch so richtig kaufen! Ja, wirklich! Und! Ja, Klitsch! Das war grad' ich falsch, oder? Fieht so aus! Brett kommt runter! Hallo Herr Brett! Und! Das Loss ist immer ein bisschen zu verwehren! Das könnte mich länger brauchen! Und jetzt müssen wir... ...Hank Cooper nehmen! Und müssen... Genau! Und selber abschießen! Jetzt müssen wir einen Cooper nehmen und uns äh... und uns selber abschießen! Wo sind wir nämlich hier und haben wir einen Schüssel und können weiter! Uh-huh! Jetzt könnten wir nämlich... Nennen den Arsch! Und der Glitch! Und der Glitch! Uah, ja! Jetzt können wir hier rein! Oh mein Gott! Und... Was kommt hier? Ist das auch der Angler? Wie aus Super Mario World? Kommt sofort! Soll auch das Ding schon sein, oder? Guck mal! Und das Ding! Nimm das Baby denn jetzt! Sehr gut! Oh, ach, in die Wolke! Ah! Ah! So schnell kommt man gar nicht hinterher mitgucken! Was? Durch-Tür! Doinkdoink-doink-doink-doink-doink-doink-doink-doink-doink-doink-doink-doink-doink. Schnelldurchgang! Ja. Ah, ein scheiß Koko. So. Müsst du bitte zählen, die euch hier dann können. Und ich will dir auch mal einen Glitch zeigen, falls du noch mal einer ist. Oh. Fuck, nein. Oh, nein. Oh, ja. Guck mich an. Nein. Nein. Einer ist recht dahinter. Er kommt. Willst du mal wieder? Ja. Hä? Glitch. Ja. Jossi ist weg. Geht es überhaupt weiter? Safe. Jetzt war Yoshi wieder da. Nein! Und? Yes! Übrigens, das ist... Die Welt ist meine, äh... Das ist meine Lieblingswelt, aber die Musik ist jetzt am besten. Oder? Weil dieses Die-Dü-Dü-Dü-Lala Also, das kommt in der sechsten Welt dann nicht mehr vor. So, dann, äh... Was soll ich jetzt sagen? Achso, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Und tschüss!